So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDigge. Das ist die Shenaya. Moin. Die fährt um zwölf mit dem Zug. Jetzt ist es kurz nach elf. Haben wir gedacht, machen wir noch eine Challenge, was sie gesehen hat auf dem Kanal. Der Brottrunk von der Firma. Kanne. Kanne. Eigentlich müsste es mittlerweile der Bo-Trunk heißen, weil der Bo jetzt mittlerweile auch den Brottrunk getestet hat. Und das Gesicht, was er dabei gemacht hat, war göttlich. Das müssen wir hier nochmal zeigen. Das ist aber nicht das einzige Mal, dass Brottrunk getrunken wurde. Ich habe schon so viel Brottrunk getrunken mit einer alten Kamera im Badezimmer. Dann alleine in Vorbereitung auf das Hannes-Video. Dann mit Hannes an der Seite, direkt hier an dieser Stelle, wo der Hannes einen auf Ric Flair gemacht hat und hat mich übelst abgezogen. Und jetzt ist es da, das one and only Sienna mit dem Brottrunk, die den auch mal probieren möchte und dachte, sie muss da alleine durch. Aber was wäre ich denn für ein Ramses, wenn ich mir dieses super Getränk nicht nochmal reinziehe. Brottrunk ist also hier ein Gärprodukt mit lebenden Milchsäurebakterien, welche aus dem Formationsprozess von Bio-Vollkornbrot, hauseigenem Natursauerteig sowie Wasser entstehen. So, das ist also Suströming aus der Flasche statt aus der Dose. Du freust dich bestimmt und denkst, das ist sehr schmackhaft. Ich weiß immer noch nicht, wer das freiwillig trinkt. Und eine ganze Flasche ist wahrscheinlich auch nicht gut und zu viel. Aber wir schütteln das jetzt schön. Da bildet sich ein Tornado. Jetzt nicht mehr. Ein Tornado. Übrigens der Kästor wollte das glaube ich auch mal machen. Vielleicht ist ein Kästor sein Video irgendwann online, bevor das hier online ist. Dann schneid man Kästor auch noch rein. Falls jetzt hier kein Einschnitt vom Kästor war, hat er noch keinen gehabt oder hat kein Geld mehr für den Brot drungen. Der ist nämlich auch mega teuer. Also ca. 3 Euro könnt ihr da schon rechnen. Kauft euch lieber einen Döner. So, wir machen es mal auf. Ist ja hier auch so ein hässliches Papier dran. Ich weiß ja worauf ich mich einlasse. Der Kombucha Carpe Diem ist auf jeden Fall ein edles Getränk im Gegensatz dazu. Man denkt zwar gut, das ist auch so. Fermentierter Tee. Aber fermentierter Tee ist guter Tee. Verschimmeltes Brot. Fermentiertes komisches Brot mit lebenden Milchsäurebakterien ist was ganz anderes. Es schmeckt auf jeden Fall auch richtig anders. Mindestens haltbar bis 25. Also eigentlich hätten wir sogar noch Zeit. Aber egal. Machen wir einfach auf. Ja, dann hätten wir jetzt noch bis 25 warten können. Guck mal, das knackt nicht mal. Das macht gar nichts. Das zischt nicht, das knackt nicht. Da denkst du, das ist schon auf und da ist was anderes drin. Du kannst da gerne mal dran schnüffeln, wie es riecht. Riecht schon gut. Riecht ein bisschen säuerlich, geht in die Nase. Riecht wie Magensaft. Das ist sehr gut. Jetzt vielleicht noch einen kleinen Schritt zu mir rüberrutschen. So ist perfekt. Nicht, dass man dich gar nicht sieht. So ist es super. So ist es gut zentriert. Und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt das Ding rein. Auf X heißt es ja eigentlich, also man soll ohne absetzen trinken. Zeit ist egal. Hauptsache man schafft es vielleicht mit einmal das gleich wegzutrinken. Probier halt wie du es kannst. Ja, ich probier es einfach mal. Selbst wenn du absetzt und ein Gesicht machst, dass du aussiehst wie der Bo, ist das halt auch so. Wir sind jetzt fertig. Ich würde sagen, dann viel Spaß. Peace out. Prost. Gut, ich weiß jetzt, wo der Bo so ein tolles Gemüse gemacht hat. Oh. So, der geht noch. Ne? Du. Obwohl ich sagen muss, es schmeckt heute gar nicht so sauer wie sonst. Glaube ich dadurch, dass die Flasche einfach richtig kühl ist. Jetzt auch noch hier in dem Schnee steht oder stand. Das wirkt diesmal richtig flüssig. Richtig wässrig. Trotzdem in dieser komischen, säuerlichen Kacknote drin. Das war aber schon mal schlimmer. Schon mal abartiger. Beim letzten Mal, als ich mit Hannes gesessen habe, hat der Hannes es reingetrunken und ich saß daneben und habe Schluck für Schluck immer gedacht, was ist das? Ich krieg keine Luft. Ich erstieg gleich, habe ich die ganze Zeit. Heute auch. Ich habe einfach die Luft angehalten. Das war mein Tipp. Äh, mein Trick. Ich habe einfach die Luft angehalten, habe gar nicht geatmet. Weder durch Nase noch durch den Mund. Dann war das Ding weg. Hätte ich nämlich zwischendurch geatmet, dann wäre wieder alles zurück in die Flasche gekommen. Glaube ich. Das ist aber sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Schnee fertig ist und dann kann, kann sie Challenge mit Kästum machen. Jetzt mache ich das, was du gestern die ganze Zeit gemacht hast und sammle Schnee. Keine Sorge, ich spreche dich auch nicht an. So übrigens, das ist das Schlimmste, wenn ein bisschen was runterläuft und auf die Jacke tropft. Das riecht einfach wochenlang, einfach abartig. Überall, wo du bist, hast du diesen Brot drumgeruchtert in der Nase. Dieses Säuerliche, dieses... Wenn sie austreten müssen, tun sie sich keinen Zwang an. Hier ist alles frei. Wir sind unentdeckt. Keiner belästigt uns. Am Challengeplatz. Den muss man in Ehrenhall, da muss man nochmal hinkotzen, wenn man Glück hat. Boah, nee. Scheiße. Okay. Boah. Ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen, dass du dir vielleicht nicht den Rest noch reinprügeln sollst, weil das dann vielleicht nicht gut ist. Scheiße. Mist. Dann bis denne, denne. Ja, bis denne, denne. Schön, dass du es probiert hast. Okay, ich sollte sie vielleicht nicht auf die Schulter klopfen. Wenn ihr auch mal Brot rumtrinken wollt, das ist auf jeden Fall total lecker und gesund. Für eine gute Gesundheit steht auch dran. Jetzt seht ihr, das ist der Drink auf jeder Party. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, eure Genaya. Und denkt dran, Brot rum gibt es im Rewe. Fragt danach, geht rein, habt ihr Brot rum, die geben euch den mit, dann könnt ihr auch so was machen.